Drei Klettergurte. Und alle irgendwie unterschiedlich. Aber welchen von diesen drei Klettergurten sollte man auf eine Hochtour mitnehmen? Und wo liegt eigentlich der Unterschied und der Vorteil der einzelnen Gurte? Und warum macht einer vielleicht mehr Sinn als der andere? Darum geht's heute. Wenn wir uns das Thema Hochtouren mal genauer anschauen, dann werden wir ganz genau sehen, wir haben eine gewisse Basis Ausrüstung, die muss immer dabei sein. Dazu gehört Rebschnüre, Eisschrauben, das Mikrotraktion, diverse Karabiner und Seil und eben auch die Gurte. Die Frage ist natürlich immer, wenn wir auf Hochtour unterwegs sind oder gerade einen Kurs machen, dann hat jeder einen ganz anderen Gurt dabei. Woran liegt das? In erster Linie sollten wir unterscheiden zwischen Klettergurten und normalen Hochtouren-Gurten. Denn ja, die gibt's auch. Auch wenn sie bei, gerade bei Einsteigern, relativ unbekannt sind. Fakt ist, dass die meisten Leute, bevor sie ihre erste Hochtour gehen, meistens schon Klettersteiger gegangen sind oder vielleicht auch aus dem Klettern kommen. Nicht alle oder nur sehr wenige eigentlich fangen nach dem Wandern ohne weitere Umwege mit Hochtouren an. Somit ergibt es sich, dass die meisten Leute einen solchen Klettergurt oder so einen Klettergurt bereits zu Hause haben. Das ist natürlich unglaublich praktisch, weil wir haben keine Mehrkosten mehr und können den direkt nehmen. Die Vorteile des Klettergurts sind natürlich auch naheliegend. Wir haben eine relativ ordentliche Polsterung und dementsprechend ist es auch komfortabel. Außerdem haben wir sehr sehr große, wirklich gut ausgearbeitete Materialschlaufen, die eben auch im Klettern dementsprechend zum Einsatz kommen. Und da können wir unser ganzes Material sehr gut und solide darauf sortieren. Je nach Modell sind sie mal etwas breiter oder mal etwas kleiner, manchmal etwas steifer, manchmal etwas flexibler. Das ist sehr unterschiedlich. Das Schöne ist, wenn man in einem Klettergurt drinnen sitzt, also ein Druck draufkommt und ihn belastet, dann sind die Beine und die Hüftschlaufen relativ gemütlich. Also man kann da auch schon eine ganze Weile drin verbringen. Insofern würde man ja eigentlich annehmen, dass der Klettergurt ohnehin die beste Wahl ist. Aber natürlich hat auch der Klettergurt auf Hochtour, weil er eben ein Klettergurt ist, den ein oder anderen Nachteil. Ein Nachteil wäre beispielsweise die Polsterung selber. Sie ist zwar wahnsinnig bequem, hat aber den Nachteil, dass sie, damit sie bequem ist, eben dementsprechend gepolstert sein muss. Und dieser Polster nimmt Feuchtigkeit auf. Eine Hochtour ist in der Regel eine nasse und kalte Angelegenheit, gerade wenn man zum Beispiel in eine Spalte stürzt, aber auch wenn man jemanden anders aus einer Spalte rausziehen muss. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass man sich hinsetzen muss, dass man vielleicht auch mal hinfällt, gerade im tieferen Schnee vielleicht auch mal irgendwo einbricht. Und das alles ist damit verbunden, dass man nass wird. Der Gurt ist relativ gut darin, diese Feuchtigkeit aufzunehmen. Dadurch wird er noch mal ordentlich schwer und klobig. Ein weiteres Problem beim klassischen Klettergurt für Hochtouren ist wieder die Polsterung. Nämlich wir haben mit unserem relativ großen Rucksack auf einer Hochtour natürlich das Problem, dass der dann hier hinten aufliegt. Also wenn wir den klar anziehen, dann liegt der da hinten auf. Und da erzeugt man dann meistens eine Druckstelle. Auch die hinteren Materialschlaufen können hier zum Problem werden, beziehungsweise auch die Befestigungen hier der Beinschlaufen und auch hier die Befestigung für normalerweise ein Chalkbag beispielsweise. Die stört dann. Das alles brauchen wir auf der Hochtour gar nicht, aber beim Klettergurt ist es aufgrund des anderen Anwendungsgebiets, für der her vorgesehen wäre, ja eben trotzdem dabei. Und selbst wenn wir mal nur von der Polsterung an sich absehen, haben wir noch mal zwei große Faktoren, die beim normalen Klettergurt mitspielen, die wir bei einem Hochtourengurt, und den schauen wir uns gleich im Detail an, eben nicht haben. Nämlich das Packmaß und das Gewicht. Beim Gewicht sind Klettergurte definitiv in Ordnung, aber man kann es eben auch deutlich leichter gestalten, die Angelegenheit. Aber vor allem das Packmaß, das ist ein Problem. Denn es ist vollkommen egal, wie klein ich einen Klettergurt zusammenlege, er wird in der Regel nicht viel kleiner als das hier. Und das ist schon relativ stolz, gerade weil er sich im Rucksack dann eben auch wieder ausbreiten kann. Das heißt, ein größerer Rucksack muss her, damit auch dementsprechend der Klettergurt reinpassen kann. Also haben wir Gewichtpackmaß. Das Problem, dass er die Feuchtigkeit sehr stark aufnimmt und das Problem mit dem Rucksack. Der große Vorteil ist natürlich, wir haben, wir müssen nichts dafür bezahlen und er ist relativ gemütlich. Doch schauen wir uns jetzt nun diesen Kollegen hier an. Das ist jetzt der Petzler Altitude und über den habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Das findet ihr auch oben beim i. Aber es soll jetzt gar nicht so um diesen Gurt per se gehen, sondern es soll jetzt um die Kategorie der Hochtourengurte gehen. Die gibt es auch von Black Diamond beispielsweise. Aber es gibt auch von Petzl andere Modelle, wie zum Beispiel den Petzl Fly, der noch mal ein Eck minimalistischer ist. Und man sieht hier gleich, hier ist nichts mit Polsterung zu sehen. Dementsprechend ist er deutlich leichter. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, durch die Tatsache, dass er nicht gepolstert ist und dass auch die hintere Seite des Gurts sehr minimalistisch gestaltet ist, dass er am Rücken nicht auffällt. Also dass wir hier kein Problem mit dem Rucksack haben und auch kein Problem mit dem Tragekomfort. Wir haben keine dickeren Beinschlaufen, an denen wir ständig reiben, wenn wir einen Schritt vorwärts machen. Das sind alles kleine Vorteile, von denen wir profitieren können. Aber wie man sieht, er ist eben relativ nackt und das bringt natürlich auch einige Nachteile mit sich. Aber vorher möchte ich euch definitiv noch sowohl auf das Gewicht als auch auf das Packmaß hinweisen. Diesen Klettergurt hier oder auch einen etwas weniger gepolsterten Klettergurt hier, bekommen wir niemals in so eine kleine Tasche rein. Und diesen Gurt, den bringe ich sogar zweimal in so eine Tasche rein. Den kann man durch die fehlende Polsterung relativ klein falten und dementsprechend gestaltet sich dies das Packmaß auch sehr gering. Das ist natürlich genial, wenn man eine sehr schnelle Hochtour plant, zum Beispiel das Tagestour und dementsprechend auch nur einen kleinen Rucksack braucht oder auch einfach nur eine sehr kleine, eine sehr, einen sehr kleinen Rucksack zur Verfügung hat. Leider kommt auch ein Petzl Altitude oder ein Petzl Fly nicht ganz ohne Nachteile aus. Natürlich gilt es bei Low Weight oder Lightweight Gewicht einzusparen und das macht sich im Komfort bemerkbar. Vor allen Dingen zum Beispiel hier an den Materialschlaufen. Der Petzl Altitude zum Beispiel hat hier nur diese kleinen Materialschläufchen. Die kann man zwar ordentlich belasten, es sind auch vernäht, diese Schlingen. Also insofern ist es nicht unsicherer als bei einem normalen Klettergurt. Das Problem ist nur, dass sie relativ minimalistisch ausfallen und man dann dementsprechend an Karabinern oder anderweitig sich organisieren muss. Es gibt mittlerweile auch Modelle mit querverlaufenden Schlaufen. Viel besser wird es dadurch aber nicht das Platzproblem. Wir haben hier einfach bei normalen Klettergurten viel mehr Platz und viel mehr Komfort. Der Grund für dieses minimalistische Design ist natürlich einerseits das Gewicht, andererseits natürlich auch, weil wir hier im Rückenbereich, also das hier ist jetzt die Seite, die am Rücken verlaufen würde, möglichst wenig haben wollen, was stört. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir diesen Gurt auch im Stehen anlegen können und nicht mit den Steigeisen beispielsweise reinschlüpfen müssen. Wir können ihn uns quasi richtig umlegen und von im Stehen quasi schon mit Schuhen oder vielleicht auch mit Schieren anschließen. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Der große Nachteil dieser Gurte ist aber eigentlich die fehlende Polsterung, denn immer wenn wir stürzen oder wenn wir irgendwo einbrechen, dann sind diese Gurte sehr, sehr unangenehm. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie lang man drin hängt, aber in der Regel kann man sagen, in einem Spaltensturzfall hängt man schon relativ lang mit ordentlich Druck in diesem Gurt und das ist natürlich unangenehm. Auch wenn der Spaltensturz am Gletscher eine Ausnahme ist und bleibt und wirklich, wirklich selten vorkommt, ist das etwas, was man nicht einfach vergessen sollte. Gerade wenn du ein typischer Hochtouren-Einsteiger bist, dann kommt es nicht auf jeden Gramm an, dann machst du in der Regel keine Hochtouren als Tagestouren, die dann dementsprechend anspruchsvoll ausfallen und somit macht es keinen riesen Unterschied. Auch die Tatsache, dass der Rucksack vielleicht etwas weniger drückt und so, das ist ein kleiner Komfortvorteil, der aber in der Regel keine, ja, über 100 Euro wert ist. Das heißt, wenn du unbedingt auf Ultralight umsteigen möchtest und aufs minimalste Packmaß eingehen möchtest, dann kann ich dir solche Hochtouren-Gurte definitiv empfehlen. Absolut notwendig, ist es aber keinesfalls. In der Regel ist es eher so, dass es sich bei den meisten Leuten um einen kleinen Ausrüstungsfetisch handelt und dementsprechend wollen sie immer das leichteste und das praktischste haben, aber in Wirklichkeit tun es die Dinger auch. Jetzt haben wir natürlich den großen Mythos um die Hochtouren-Gurte und Klettergurte aufgelöst und ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob ihr glaubt, dass ihr einen Hochtouren-Gurt braucht oder nicht. Auf der einen Seite steht natürlich das Leichtgewicht, auf der anderen Seite der fehlende Komfort und die kleineren Einschränkungen, die eben mit einem Hochtouren-Gurt einhergehen. Der Klettergurt hat dann dementsprechend aber auch seine Vor- und Nachteile. Nächste Woche, am Freitag, sprechen wir über technische Ausrüstung. Da geht es dann einerseits um das Mikrotraktion, andererseits um den T-Block und wie wir diese zwei Komponenten am Gletscher einsetzen können, beziehungsweise ob wir sie wirklich brauchen. Denn auch die kosten, wie ein Hochtouren-Gurt, sehr viel Geld und zu 100% notwendig sind sie aber nicht. Doch mehr dazu dann nächste Woche am Freitag. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.